Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mirko Mecklenburg. Ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht bei der Großrechtsanwaltsgesellschaft in Berlin. Und das heutige Thema ist die Besonderheiten des Gewerberaummietrechts bei der Erstellung der Betriebskostenabrechnung. Ja, dann fangen wir auch schon mal an zum Inhalt. Wir beschäftigen uns zunächst einmal mit was ganz allgemein, also mit den Grundlagen, den Basics überhaupt zur Betriebskostenabrechnung. Dann kommen wir zu den Formalien einer Betriebskostenabrechnung. Umsatzsteuer ist noch ein kleines Thema. Und ganz zum Schluss habe ich einzelne Betriebskostenarten, wo es hier und da vielleicht nochmal ein paar Besonderheiten gibt. Ja, die sind der Reihenfolge nach, wie sie in der Betriebskostenverordnung aufgelistet sind.